Die Hölle von Fettweiß, ein Dorf feiert Karneval. Absoluter Ausnahmezustand bis, oh, wir müssen schon los. 10.000 Frauen. Handfeste Bevölkerung, auf die Couch verlassen. Dabei sein ist alles. Ein Selfie, bitte. Ein Selfie. Ich sage mal, es sind Bure, aber die können richtig was laufen. Ekstase trifft auf Tradition. Ich weiß nicht, wie in der Hölle aussieht, aber anscheinend muss es da schön sein. Fettweiß, ein Dorf in der Voreifel. Zwischen Weihnachten und Neujahr wird hier ein riesiges Festzelt angeliefert. Es beginnt die Zeit der Hölle von Fettweiß, einer weit über die Grenzen hinaus bekannten Damensitzung. Auf dem Schulgelände wächst die Hölle von Tag zu Tag. Bald feiern hier 10.000 Frauen mit den Topstars aus dem Kölner Karneval. Die Karten sind ein Jahr im Voraus innerhalb einer Stunde ausverkauft. Das ist eigentlich das größte Zelt, wo sechs Sitzungen stattfinden. Im Kölner Karneval haben sie vielleicht zwei in einem Zelt oder höchstens mal drei, aber nirgendwo, wo im Endeffekt fünf oder sechs Sitzungen sind. Das ist schon was Einzigartiges hier in Fettweiß. Zu Hause bei Petra zur Helle. Hallo, guten Tag. Die Fettweißerin ist ein großer Fan der Damensitzungen in der Hölle. Wie sollte es bei dem Familiennamen auch anders sein? Zur Helle heißt nichts anderes als zur Hölle. Aber keine Angst, das hier ist nicht Cerberus, sondern Finja. Petra zur Helle testet heute ein neues Rezept. Denn bald werden die selbst mitgebrachten Leckereien auf den Biertischen in der Hölle von Fettweiß ausgepackt. Das sind Quarkmussen mit Äpfelchen. Rezept von meiner Schwiegermutter. Das ist hier in Fettweiß so, ja, das hat hier, wie man so schön sagt, Tradition. Und das lieben die Frauen auch. Das darf jeder Essen mitbringen. Also gibt es richtige Buffets, werden teilweise auf den Tischen aufgebaut. Mit Schnitzeln, mit Frikadellen, mit Mussen. Mit allem, was das Herz begehrt, mit Brot, mit Dip. Also das ist immer toll, macht auch viel Spaß, ja. Frank Hammand betreibt die einzige Dorfkneipe in Fettweiß. Fettweiß ist schon eine Kulturhochburg. Wenn man von den ganzen Vereinen mal ausgeht, nicht nur die Karnevalssitzungen, spielt natürlich auch eine große Rolle. Aber wir haben ein großes Schützenfest, eine Sportwoche, die noch funktioniert. Haben nicht ganz so viele Dörfer, ne, mit zweieinhalb, dreitausend Einwohnern. Und nach Weihnachten haben wir direkt Karneval. Da dreht hier quasi das ganze Dorf am Rad, ne. Also da werden die letzten Karten untereinander getauscht. Das ist, da will jeder hin. Der Aufbau schreitet voran. Eine Kinder, eine Männer und fünf Damensitzungen werden hier stattfinden. Probe in der alten Dorfschule. Auf allen Sitzungen wird auch der Fettweißer Musikverein spielen. Neben Brings, den Höhnern und vielen anderen bekannten Größen werden die Hobbymusiker bald ihren Auftritt im Festzelt haben. Christoph Peetz, der örtliche Metzgermeister, leitet den Musikverein. Ja, in der Hölle muss man versuchen, zwischen all den Topstars aus dem Kölner Karneval natürlich zu bestehen. Und das ist für einen örtlichen Musikverein nicht einfach. Außer vielleicht auf der letzten Sitzung, wo dann viele Fettweißer sind, da haben wir dann so einen kleinen Heimvorteil. Auf den anderen Sitzungen, da sind ja nun doch sehr viele Fremde und da haben wir dann schon auch schwer. Ja, weil wir sind jetzt halt ein örtlicher Musikverein, der normalerweise auf dem Schützenfest spielt, der eine von Leichnamsprozession spielt und halt zwischen den Kölner Karnevalsgrößen doch selten zu Hause ist. Außer halt hier in Fettweiß bei den Sitzungen. Der Musikverein ist wichtig für die eigene Identität. In Fettweiß gestalten die Vereine maßgeblich das Dorfleben. Sportfest, Dorfkirmes und natürlich die Hölle von Fettweiß. In einem Dorf, wo das nicht ist, weder Musik oder Gesangverein, dann ist das Dorf ziemlich tot. Einige kleinere Dörfe hier rundherum, da ist die Musikgruppe, die haben die aufgelöst und da ist nichts mehr. Da sind die immer ein bisschen neidisch auf uns, dass wir das noch machen, dass wir das haben. Wir gehen aber auch da, Freundschaftshaber auch hin und spielen. Überall im Dorf proben die Vereine. Im Schulzentrum trainiert gerade der weibliche Nachwuchs der Funkengarde. Schon die Kleinsten sind im Karneval aktiv und haben Auftritte. Also wenn die Saison ist, dann eigentlich jedes Wochenende, ne? Ja. Samstag und Sonntag sind irgendwie immer so zwei oder so. Immer zwei Auftritte. An einem Tag. Also dreht sich halt alles in Fettweiß um Karneval, ganz klar. Gerade für die Mädchen, denke ich mal, gibt es überhaupt keine Alternative. Die Jungs haben immer noch Fußball, aber die Mädchen, die kommen nicht drumherum um den Karneval. Unter den Mädchen ist Chiara, der heimliche Star. Also ich tanze ja als Mariechen in der Klasse der Junioren und ja. Ja und ich habe ja vorher schon mit der Garde angefangen, das tanze ich jetzt seit elf Jahren. Manchmal, wenn man noch in so einen Urlaub fährt und dann sagt, man tanzt so karnevalistisch, dann verstehen die meisten das erst mal gar nicht. Weil man zeigt dann so ein paar Schritte und dann, die finden das dann immer total toll. Bei Frank Karmant treffen sich die Männer der Funkengarde. Die Herren proben ihre Choreografie in der Kneipe und geben sich die größte Mühe. Bis das Festzelt steht, muss der Radetzky Technomarsch sitzen. Am Anfang ist das immer schwierig, aber meistens, wenn wir die Uniform anhaben auf der Bühne, dann läuft das sowieso doppelt nochmal so gut. Also insofern, das ist schon toll. Gemeinsam werden die Männer der Funkengarde die nächsten Tage meistern. Auf einem Bauernhof lagert das Podest für den Elferrat, sowie das gesamte Bühnenbild. Während eine Firma das gemietete Zelt aufbaut, läuft der Innenausbau in Eigenregie. Ohne diese Männer geht hier nichts. Franz Erasmi ist der Ortsvorsteher von Fettweiß. So hier, zeige ich euch mal von eurer Schokoladenseite. Auf seinem Hof züchtet der Landwirt Rinder. Bei Rindern ist die Brunst jahreszeit unabhängig. Die können also immer, wenn sie einsetzen. Wenn sie darüber gucken, da ist gerade eins dabei. Gerade aufgesprungen. Die Hölle von Fettweiß sieht der Ortsvorsteher als großen Gewinn für sein Dorf. Der Karneval Floriert, ja. Ist ja auch eine gelungene Kombination. Auf der einen Seite hole ich viele Auswärtige nach hier, feiere Gölscher Karneval. Und auf der anderen Seite habe ich aber damit auch wieder kräftefrei, auch Geld mittelfrei, um den Ortskarneval hochzuhalten. Und diese Symbiose, die finde ich sehr beachtenswert. Die ist gut. Überall im Dorf sind Materialdepots für die Hölle. Bei Hans-Erich Brand, dem örtlichen Elektromeister, lagert die Technik. Der kommt oben auf der Bühne. Alles klar. Die ganze Kiste habe ich alles selber gebaut für den Verein, schon jahrelang. Die sind doch immer die Profis, ne? Die haben ein Fettweiß. Wir verlegen mittlerweile ungefähr 2000, 2500 Meter Kabel im Zelt. Jeder zehnte Einwohner in Fettweiß ist Mitglied im Karnevalsverein. Es ist noch früh an diesem Morgen. Aber in der Metzgerei Peetz läuft die Wurstproduktion schon auf Hochtouren. Metzger und Kapellmeister Christoph Peetz widmet sich dem Wurstrepertoire. Angefangen mit Bratwurst, dann Zwiebelmettwurst, Mettwurst, dann kommt noch feine Schmierwurst. Und dann kommt halt die Fleischwurst, Brühwürstchen, Jagdwurst, Bierschinken. In dem Familienbetrieb arbeitet Christoph mit seinem Vater Peter Hand in Hand. Metzgerei und Musik sind für Christoph kein Widerspruch. Für mich passt das gut zusammen. Das ist ein Handwerk und ist ja eigentlich ein feines Handwerk. Also das ist jetzt nicht so wie Maurer oder sowas. Das hätte ich vielleicht noch eher, dass ich denke, das passt vielleicht nicht so zusammen. Aber hier, kein Problem. Ja, am Freitag, da klingelt dann um 6 Uhr, klingelt der Wecker und dann geht es hier runter. Dann frühstücken wir noch gemeinsam was und dann geht es los. Was passiert dann? Ja, da werden die Schweine angeliefert und dann wird geschlachtet. Und dann geht das bis mittags und dann geht es unter die Dusche und dann geht es wieder hoch. Zur letzten Sitzung. Wenn Sohn Christoph auf der Bühne steht, kümmert sich Vater Peter alleine um den Betrieb. Auf die einzige Herrensitzung muss er ohnehin verzichten. Ich ginge gerne, aber die Herrensitzung, die fängt schon samstags 13.30 Uhr oder in dem Rahmen an bis 14 Uhr. Und bis 14, 14.30 Uhr bin ich noch in Türen auf dem Wochenmal. Somit ist das für mich nicht machbar. Ich kann mich ja nicht auf eine Damensitzung da hinsetzen, das wird ja nicht laufen. Ob Peter Peetz der einzige Fettweißer ist, der noch nie eine Sitzung besucht hat? Sohn Christoph kann so jedenfalls Musik und Metzgerei in Einklang bringen. Das Zelt steht. Die Männer von der Funkengarde beginnen jetzt mit dem Innenausbau. Fred Vronkowitz ist Schreiner und schon seit Jahrzehnten im Karneval dabei. Unter seiner Aufsicht wird gerade ein besonderes Möbelstück zusammengebaut. Der Elferatstisch, da sitzt unser Elferrat, der Präsident, der Präsident kommt ein bisschen höher. Das Podium kommt da drauf, da sitzt der Elferrat. Das weißt du, der Elferrat, die viel trinken, die müssen ja schon viel machen. Jetzt geht dann schon ein paar raus, da kommt ja noch vor, eigentlich drum. Da können die Herren, die so viel getrunken haben, nochmal das Chef machen. Einmal durch. Elektriker Achim Angenend glüht für seinen Verein. Im Prinzip, man macht sich immer Gedanken, was können wir nächstes Jahr verbessern, wie kann es besser laufen, wie ist es vielleicht einfacher für uns, das Ganze zu handeln. Ja, man hat sich das Ganze, ja, halt Karneval im Kopf. Nach Karneval ist gleichzeitig vor Karneval bei uns. 1938 gründeten die Fettweißer ihre Karnevalsgesellschaft. So richtig los ging es dann nach dem Krieg. Aber nicht im 1200 Quadratmeter Zelt, sondern im alten Saal der Dorfkneipe. Zeitzeugen unter sich. Karin Esser ist mit ihrem Mann Günther gekommen, Hans und Fred sind auch da. Karin ist die Tochter des damaligen Betreibers der Gaststätte. Ich war das erste Kinderfunk in Marie Schnee, Fettweiß, 1948 war das, ja. Das war so nach dem Krieg, ne. Jupp Schmitz, der war auch. Jupp Schmitz. Allerste Sitzung, auch hier. Es ist noch Suppe da. Alles? Das waren die Ersten, ja. Und die kamen alle für Friskalien. Die kriegten dann einen Korb. Fuhren wir nach Hause. Ja, und dann, das war die Gage, ne. Nachkriegsjahre, da gab es ja nichts, ne. Was gab es dann? Selbstgebrannte, ne. Knollebrannte. Und dann auf einmal ging es wieder langsam, peu a peu, die Vereine alle, ne, die machten ihre Feste wieder schützend fest. Und die, die, die Leute waren lebensfroh, die wollten wieder leben. Und ganz zum Anfang, die allerersten Sitzungen, noch aus der Überlieferung, Kohleöfen, Kohleöfen im Saal. Und wer konnte, der brachte zu seiner Eintrittskarte noch ein Brikett mit, oder zwei, oder drei. Und damit wurden die Öfen gefeuert. Nach der Nachkriegszeit, nicht? Also immer wieder schlechte Zeiten und die Leute wollten feiern. Wollten einfach feiern. Sehr schön. Püfe und Alupi. Jemand war es in den Keller? Ja. Jemand war der Keller. In der Sektkeller. Oh boy. Aber hier, die Verkleinerung hat er super hin. Frank Hamanns Dorfkneipe ist für den Karneval in Vettweiß ein geschichtsträchtiger Ort. Und hier sind die Wurzeln der Hölle von Vettweiß zu finden. Ja, dann zeig ich euch nochmal, wie der Saal früher aussah, oder? Ah, hör auf. Frank hat nur einen kleinen Teil des einstigen Riesensaals gepachtet und renoviert. Hinter der Tür ist alles noch original. Die gigantische Abstellkammer weckt Erinnerungen. Dann guckt euch nochmal an, wie vor, weiß ich nicht, 60, 70 Jahren, Rossa war. Ja, hier sind wir groß geworden. Ja? Ja. Und wenn ein Weiber fast nach, ne, dann lagen die Bühne, die Möhne, die auf der Bühne, auf der Treppe. Die war voll, ne, die Treppe, ne? Ja. Hartlich. Alles zweckentfremdet jetzt. Wie sieht das in der Sektbar aus? Gibt das eine Glassekte? Die können wir uns jetzt mal anschauen. Die war ja zugemauert, ne? Lass mich mal vor, Fred. Ich leuchte dir den Weg. Das verborgene Herzstück des Saals liegt unter der Bühne. Fred, Hans und Karin waren seit Jahrzehnten nicht mehr hier. Ich helf dir, Karin. Junge, Junge, Junge. Also wenn ich das nachher lebe. Ach, Kinder. Ja, so ist es. Die Nächte hier unten müssen legendär gewesen sein. Es wurde intensiv geflirtet. Ja, was wart ihr schön, ne? Ihr wart schön. Ihr wart schön. Was habt ihr hier feines getrieben? Ihr wart gekneist. Ihr wart, was wart ihr? Gesündigt. Gekneist, hab ich nicht gesagt. Gesündigt, hab ich nicht gesagt. Gekneist. Ihr wart gesünderbar. Na ja. Man durfte nicht ganz so groß sein. Ja, war früher so und heute andere. Der ist so jemand, ne? Na ja. Er ist Schreiner, der hat die Becke gemacht. Die Becke damals im Nachhinein. Alles von deinem Karneval zu sein. Im Ernst, Fred? Ich dachte, dein Leben kommt. Ach, das wirst du nicht. Ja, ja. Das ist ja ein Ding. Der Saal war leer. Wenn man nach Hause ginge, das war draussen Tag hell. So lange haben wir gehandiert. Kein Mensch mehr im Saal, der war ausgestorben. Wir waren noch hier. Die ließen alle. In der alten Sekt war noch ein frisches Weg. Gucken wir mal. Also wenn ich nachher voll bin. Dann brauchst du immer schon. Nein, wir will ja nicht noch. Wir will ja nicht noch. Prost. Es ist spät geworden. Wie damals. Abends trifft sich die Karnevalsgesellschaft im Festzelt. Der Aufbau schreitet plangemäß voran. Die Hölle nimmt Gestalt an. Wenn man Ende Januar schon wieder für das nächste Jahr die Garten ausverkauft hat, da gab man natürlich auch Planungssicherheit. Der Wörter hat Planungssicherheit. Wir haben Planungssicherheit. Und dann kann man auch dementsprechend Programm gestalten, dass das hochwertig ist. Dass kein Programm schlechter ist als das andere. Wir haben uns in allen Sitzungen die hochwertigen Kölner Kräfte. Alle Sitzungen gleich. Mal den Höhner, dafür Brings, dann Blackfist sind alle hier in Fettbeißen. Die brüllen zwar immer bei den Räubern zu, aber die kann man nicht geben, die zu, weil er hinter den Höhner kommt. Die brüllen bei den Höhner zu, aber die kann man aber auch nicht geben, weil er hinter Brings kommt. Sie geht das immer weiter. Da ist das einmal hier dran. Um den Sound der Bands kümmert sich seit vielen Jahren Klaus. Von seinem Mischpult aus hat er jeden Abend den Saal und die Musiker fest im Blick. Wenn Brings hier aufschlägt, dann ist Alarmstuf rot, sag ich jetzt einfach mal. Ich meine, die Frauen suchen dann den Kontakt zu den Künstlern. Die Jungs, die fangen einen Einmarsch zu machen, der dauert hier circa zwei Minuten und dann bauen die eine Brücke. Und wenn die dann oben ankommen und sind 50 Meter in der Hocke gelaufen, dann ist das auch schon anstrengend für den Künstler. Ja, weil er ist dann außer Atem und wenn er dann direkt loslegen muss und muss singen, der muss schon durchtrainiert sein. Also ich muss ehrlich sagen, ich ziehe den Hut ab, ich beobachte sowas. Man merkt, wer durchtrainiert ist und fit ist und wer oben ankommt und schweißgebadet ist. Das letzte Abendmahl. Bald beginnt die Hölle. Heute ist erst mal Kindersitzung. Elektriker Achim zeigt uns seine Kommunikationsanlage, die er mit einer Arbeitskollegin extra für die Sitzungen gebaut hat. Natürlich, wenn hier Brings auf der Bühne steht, versteht man kein Wort. Früher hatten wir Telefone. Mittlerweile ist Telefonieren hier bei der Lautstärke unmöglich. Und da habe ich mir gedacht, ich brauche was. Wenn ich hier vorne was schreibe, dann muss der das hinten sofort lesen können. Wir haben einmal hier unser umgebautes, sogenanntes Carnicom. Carnicom ist der Name von der, also die Jenny hat den Namen Carnicom erfunden. Kann ich jetzt hier eingeben. Und jetzt weiß der gute Mann unten an der Technik, was ich haben will. So langsam geht es los. Auch Metzgermeister Christoph Peetz ist mit Band und Familie dabei. Das Dorf trifft sich. Lukas Ratschoweit ist 15 Jahre alt. Heute wird er zum ersten Mal als Präsident die Kindersitzung leiten. Das ist halt schon eine gewisse Anspannung, aber eigentlich bin ich ganz sicher, dass ich das schaffe. Was musst du jetzt alles eigentlich genau machen? Ja, ich muss halt die Leute begrüßen, die auf die Bühne kommen, die wieder abmarschieren lassen und die Leute unterhalten dann auch ein bisschen. 3-Moll-Fettwies! Prinzenpaar! Kindersitzung! Petra zur Helle ist auch da. Die Vorsitzende des Kinderkarnevals, selbst Mutter zweier Töchter, kümmert sich mit ihren Mitstreiterinnen um die Zukunft der Hölle. Die rund 80 Kinder im Karnevalsverein. Nervös ohne Ende. Ich hoffe, dass alles läuft. Meine Mädels haben alles hoffentlich gut im Griff. Und ja, die Sitzung hat schon gut begonnen. Wir waren pünktlich. Das ist erst schon mal wichtig, ja. Los geht's. Die Kinder unterhalten an diesem Nachmittag groß und klein. Bis sie in die Hölle der Großen dürfen, wird es aber noch eine Weile dauern. Petra kann ihre Damensitzung kaum noch erwarten. Herrensitzung. Elektriker Achim Angenend hat seine Freunde zum Vorglühen eingeladen. Achims Zuhause ist dafür bestens ausgerüstet. Wir machen jetzt hier so eine Warm-up-Party. Wir sind jetzt so seit 11.11 sind wir hier quasi dran. Wir haben hier die Jungs von unserem Tisch, noch ein paar andere Tische, Freunde, Bekannte. Wir können mal kurz in unsere kleine Party-Area hier rein. In der Küche fließt der Gerstensaft in Strömen. Einmal im Jahr feiern Männer und Frauen jeweils für sich. In Fettweiß kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Also ich werde am Mittwoch, weil meine Frau zur Sitzung geht, auf unsere Kinder aufpassen. Das gehört auch dazu. Echt? Bei uns auch? Ehrlich? Ja. Das ist ja super. Muss sein. Ja, Arbeitsteilung. Bei Achim kommt das Bier direkt aus dem Keller. Seine Einbauküche hat der Tüftler mit einer Bierleitung ausgestattet. Ja, ich brauche selber hobbymäßig Bier. Und da habe ich mir gedacht, immer Flaschen abfüllen ist langweilig, ist viel Arbeit. Füllen wir einfach dann meinen Fässer ab. Ja, und da habe ich meine Frau dann mal überredet, hier in der Küche so eine Zappanlage einzubauen. Und das ist dann auch realisiert worden. Das war der Wunschtraum meines Mannes. Und da haben wir dann stark verhandelt und dann haben wir das machbar gemacht. Ja, wir haben hier im Prinzip zwei Hände mit Bier, vier Hände mit vier Leitungen mit Softdrinks, Cola, Limo, Wasser und ja, muss ich sagen, geht. Danke. Und gleich geht's los. Komm, auch rein. Ja, danke. So, die letzte ist für mich. Der Musikverein spielt. In Fettweiß sind nicht nur alle fünf Damensitzungen ausverkauft, sondern auch die einzige Herrensitzung. Udo Kreitz ist heute Sitzungspräsident und begrüßt gleich die erste Band. Kasala mischen den Saal auf. Heimspiel. Gitarrist Flo Peil hat eine besondere Verbindung zu Fettweiß. Mein Vater ist tatsächlich hier geboren und aufgewachsen und sein Elternhaus ist hier in Fettweiß. Und es gibt da auf jeden Fall noch ein paar Verwandte, die hier wohnen. Und sonst so der Karneval auf dem Lande, ist der immer eine Spur deftiger als jetzt so in den Sälen in der Stadt? Definitiv. Ist aber auch häufig eine Spur ehrlicher und hemmensärmeliger und irgendwie auch tatsächlich manchmal auch ein bisschen energiegeladener. Also wir mögen das sehr gerne. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, glaube ich, weil es eben auf dem Land ist. Also in Köln gibt es dann 24 Veranstaltungen an einem Tag, wo die Leute alle sehen und hier ist es wahrscheinlich eher ein bisschen auf dem Punkt. Und es ist immer sehr, 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 sehr cool. Und es ist immer sehr, 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 sehr. Auch Männer können feiern. Aber gegen die Damen ist das da unten nichts. Vorglühen. Heute ist die Damensitzung in Fettweiß. Insgesamt gibt es ja fünf, aber echte Fettweißerinnen warten immer bis zum Schluss. Dann ist die Hölle kurz vorm Siedepunkt. Für Petra zu Helle und ihre Freundinnen ist ihre Sitzung einer der Höhepunkte des Jahres. Wir müssen uns auch alle heute Urlaub nehmen dafür, klar. Aber das ist einfach, der Tag gehört uns Frauen und das ist einfach so. Ist das nicht? Scheiße. Na, die Alkohäse sind mir schon im Minden drin. Hallo, Anna. Hallo, Brina. Aber ich sehe erst meine Jacke aus. Tag, Jungs, hallo. Ria ist die Schwiegermutter von Petra zu Helle und mittlerweile eine echte Fettweißerin. Ich bin die Mutter der Kompanie hier, ne? Ja. Jetzt muss ich euch was erzählen. Also wir sind 1973 von Aachen nach Fettweiß gezogen. So. Und dann, wir haben Landwirtschaft und dann könnt ihr euch ja denken, also Landwirte aufs Dorf, das ist nicht so einfach, ne? So, und dann musste man ja gucken, dass wir Anschluss bekommen. Und dann ist mein Mann direkt in den Schützenverein gegangen und dann habe ich den Kegelclub gegründet hier. So, und dann sagt der eine Kegelschwester, wir saßen dann da in der Runde hier, zehn Frauen, und dann sagt der eine Kegelschwester so, du bist aus Fettweiß, du bist aus Fettweiß, du bist nicht aus Fettweiß, ich war auch nicht aus Fettweiß. Und dann hatte sie mir also schon bestimmt zehnmal gesagt, dass ich nicht aus Fettweiß bin. So, und dann bin ich einmal satt gewesen, habe ich gesagt, so sag ich, wir haben dafür gesorgt, dass hier die, wie nennt sich das, die, wenn die zum Beispiel Verwandte untereinander, Inzucht, ja genau, dass hier die Inzucht aufhört. So, bin ich, habe ich gesagt, so, dass hier die Inzucht aufhört. Die hat nie mehr gesagt, du bist nicht aus Fettweiß. Damit wäre das geklärt und Schwiegertochter Petra kann alle fürs Finale fein machen. Da kann Petra super herschminken, da hat sie ein Händchen für. Die kann aus einer Alten eine Junge machen. Top gestylt. Manikürt. Und mit jeder Menge Proviant geht es gleich ins Festzelt. Vorbereitungen für die letzte Damensitzung. Karl und Eddie sind für die Tische zuständig. Die beiden Rentner kommen jeden Morgen. Wir bringen die Hölle in Ordnung, ja. Ich weiß nicht, wie in der Hölle aussieht, aber anscheinend muss es da schön sein. Das ist ein schöner Frühsport. Ne, so zwei Stunden machen wir schon immer. Und jeder weiss, was er zu machen hat und ein eingespieltes Ding. Wenn das jetzt vorbei ist, dann denkst du so, was machst du mal heu. Ehrlich, das Gefühl hast du dann so, jetzt ist da nix. Ja, ist aber zwei Tage, ist er wieder weg. Wir hatten dieses Jahr über 4.000 übergeschleucht. 4.000. Das wird jedes Jahr schlimm. Aber noch größer geht nicht mehr. Und noch eine Sitzung geht auch nicht mehr. Geht nicht. Schade. Überall treffen sich die Damen. Auch im örtlichen Friseursalon trinkt man sich warm. Inhaberin Heidi Dellmann hat ihre Freundinnen eingeladen. Schwester Michaela ist auch mit dabei. Die letzte Sitzung ist die Fettweiß-Sitzung. Und da ist richtig ordentlich was gebacken. Die ganzen Mädchen von hier, die auch nicht mehr hier in Fettweiß leben, die kommen heute. Wir sehen die wieder. Du siehst dann Leute einmal im Jahr, das ist wie so ein Klassentreffen. Du siehst Leute einmal im Jahr und das ist auf dieser Damen-Sitzung. Und das ist super. Wann werde ich sie wieder sehen? Es geht ums Wiedersehen. Der Besuch der Hölle von Fettweiß ist ein Ritual. Alles ist scheinbar wie früher. Und übernachtet wird im alten Kinderzimmer. Bei meiner Mutter. Mama. Sie kriegt eine Krise. Sie hat gesagt, sie wartet auf uns. Sie weiß nicht, dass sie bis morgen früh wartet. So langsam endet die Vorrunde. Schnäpse in allen Farben und Geschmacksrichtungen. Gleich geht es weiter zum Festzelt. Es ist der Tag für die Fettweißerinnen. Absoluter Ausnahmezustand bis, oh, wir müssen schon los, oder? Ja. 3 Uhr wird anfangen, wir müssen los. Wir müssen zu Fuß da hingehen. Auf geht's zum Höhepunkt der Sitzungswoche. Das Fest kann beginnen. Im Zelt bereitet sich Köbis Ralf schon mal mental auf den Ansturm von 1.800 Frauen vor. Noch ist alles ruhig. Ja, wir haben jetzt 1 Uhr. Die Sitzung ist für 3 Uhr anberaumt. Das heißt, Sitzungsbeginn 15 Uhr, 2 Stunden vorher ist Einlass. Unser Ziel ist es als Kellnerteam, dass die Gäste, die hier ankommen, wenn der Irrfahrt einmarschiert, schon das Gläschen in der Hand halle und sage so, Post, die Sitzung kann anfangen. Ja. 1700, 1800 Frauen haben hier Platz. Wir haben hier oben noch eine Empore, wo auch, ich glaube, hier sitzen 200 Leute oder noch mehr, 200 Damen. Man merkt, die kommen noch hin, um zu vieren, ausgelassen zu sein, uns einfach mal den Alltag, die Familie, der Käl, uns einfach zu sagen, so, die vier, fünf Stunden, die sind mir. Schönen guten Tag, Mädels, wie ist es euch, gut? Alla, viel Spaß. Wann haben jetzt als Mann 1800 Frauen in mir, die mir zujubeln, wenn ich mit den festen Kölsch komme, ne? Ja, das ist so. Es geht los. Heidis Hexen marschieren ein. Petra und ihre Freundinnen sind schon an ihrem Tisch. Die Mädels der Funkengarde bereiten sich auf ihren letzten Auftritt im Festzelt vor. Tanzmariechen Chiara wird diesen Tag nochmal ganz besonders genießen. Ja doch, auch weil ganz viele von meiner Familie hier ist und auch Freunde von meiner Mama und meine Tanztrainerin, ja doch, das ist auch schon die Höhepunkte. Die Fettweißerinnen feiern ihre Helden und die Männer der Funkengarde geben im vollen Onnart nochmal alles. Das Tor zur Hölle. Marita Kölner kommt. Schön, euch zu sehen. Hallo. Tag, Jungs. Hallo. Großen Heil. Euch auch. Die Mädchen sind so toll. Die sind direkt auf Tisch und Stühlen und es ist einfach grandios, wenn man hier reinkommt. Ich bin hier immer hin und weg. Dann komm mit raus. Danke schön. Marita Kölner ist eine der wenigen Künstlerinnen im Karneval. Ach so, anders. Mach mal ein Zelten. Ja, das ist der King überhaupt. Bei der ganzen Geschichte, oder? Danke, danke. Ja, sicher, da hat der Kölsche Mädchen. Hallo. Willst du denn hier? Verstehst du? Ja, die hat ja so. Der Gang zur Bühne. Noch lässt die Helle die Künstler relativ entspannt passieren. Aber das wird nicht so bleiben. Die Energie steigert sich im Minutentakt. Hallo, Fettweil. Das ist mein erster Auftritt für die Session 2017. Backstage heißt hier mittendrin. Eine kleine Box neben dem Eingang trennt die Künstler von den Fans. Hinter dem Vorhang grooven sich gerade die Klüngelköp ein. Sorgen, auf keine Künstler, auf keinen Fall. Hey, ich komm mal. Hey, warst du ein Sparg. Schmuck du batz. Stoß, Sparg. Schmuck du batz. Check out. Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Im Vorzelt warten die zahlreichen Besucherinnen auf einen Ehrengast. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag. Der Karl-Heinz von den Räubern. Der hat heute seinen letzten Auftritt hier in Fettmess, der hört ja auf. Und das ist ein Schubert Besonderes, weil der uns ja schon 35 Jahre begleitet hier. Und der wird auch dementsprechend verabschiedet gleich, wie sich dann Fettmess gehört. Gute Kumpels halten zusammen und dann wollen wir nachher auf der Bühne auch so präsentieren. Das hat der Mann auch einfach verdient. Räuberfrontmann Charlie Brandt ist schon im alten Saal bei Hämmer aufgetreten. In Fettweiß gehört er mit seiner Band zum Inventar. Ich sage mal, es sind Buhre, aber die können richtig was zu laufen fehlen. Und das ist das Schöne hier. Wir haben, also ich habe hier jetzt praktisch die ganzen Arten in unserem Verein, die kenne ich alle noch. Sind zwar schon bei Storben, aber die noch da sind, also das ist so. Jetzt werde ich nach Hause kommen, wenn ich hier hinkomme. Und das ist so. Gibt's bei uns in Köln für Kölsch und auch Kalle. Doch jedes ist gewiss, wo Hamburgs fließt war es. Bösch, juchte Witz, juchte Witz, juchte Witz, juchte Witz, juchte Witz, juchte Witz, juchte Witz. Wir müssen unsere Wünsche Jungs wie die Stadt in Hollywood. Ach, mein Schock geht her, du schlägst dich schwer. Lieber Beleif, wir haben da noch eine Stadt beleiflich gemacht. Wenn du vielleicht im Wohnzimmer sitzt, in diesem Sinne herzlichen, herzlichen Dank. Keine Zugabe möglich. Stattdessen Nachschub an allen Fronten. Jetzt sind die Höhner im Anmarsch. Christoph Peetz, der Metzgermeister und seine Band überbrücken die Umbaupause. Die Hölle kennt kein Entkommen. Schon gar nicht für Höhnersänger Henning Krautmacher. Ein Selfie bitte, ein Selfie. Ich glaube besser bitte die Katerobe, das ist ruhig. Die Hölle von Wern bedeutet Eierlikör. Wir kriegen immer jedes Mal, wenn wir kommen, selbstgemachter Eierlikör. Hier, selbstgemachter Eierlikör. Das ist der Beste, der gibt es nur im Fettweiß. Deswegen ist es nicht die Hölle, es ist der Himmel. Gefühlt 2000 oder 3000 Frauen, die bereit sind auszufinden, ist eine sehr geniale Atmosphäre. Unfassbar. In der Hölle geben sich die Stars im Takt die Klenke in die Hand. Markus Maubach, für den Programmablauf verantwortlich, erwartet gerade die Ankunft von Brings. Die werden jetzt jeden Moment angefahren kommen, gehe ich von aus. Also der Fahrer, der Jojo, hat mir eben beschrieben, dass die unterwegs sind, was die kurz vor Fettweiß. Also ich gehe davon aus, dass die jetzt jeden Moment hier auf dem Platz vorgefahren kommen. Und da sind sie. Brings dürfen in Fettweiß bei keiner Damensitzung fehlen. Hinterm Vorhang bereitet sich Peter Brings auf seinen letzten Gang durch die Hölle vor. Der ist nervöslich, der ist nicht 70. Also mit jedem Jahr ist das anstrengender, so, ich glaube, sie sind ja so gefühlte 70 Meter, so gebückt zu laufen. Aber ansonsten irgendwie hat alles seine Qualitäten. Die Mädels sind ziemlich wild hier. Muss gucken, dass man sich alles festhält, was so nicht am Körper oder am Mann ist. Kassel 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 Links kochen das Zelt noch mal richtig hoch. Und die Hände sind immer ohne zu hoch. So lange wir noch am Leben sind, am Land, wie schön ganz sind, so lange wir noch am Leben sind. So lange wir noch am Leben sind, am Land, wie schön ganz sind, so lange wir noch am Leben sind. Erfolg nach Brinks, die Prinzengarde der Stadt Köln. Das ist für mich auch immer ein Traum. Die Prinzengarde der Stadt Köln zum allerersten Mal hier in Fettes auf der Bühne. Mir fehlen danach nur noch zwei Traditionskurs, dann habe ich sie alle mal hier gehabt. Die Prinzengarde füllt alleine das Vorzelt. Ria und Petra sind mittendrin. Die Prinzengarde hat ja 111-jähriges Jubiläum. Kannst ja mal gucken hier. Das ist ja der Pin. Guck mal an meine Brust. Guck mal an meine Brust. Und jetzt, ich will nicht gewölzt. Okay. 1, 2, 1, auf die Schüsse. Mach! Zum Finale erleben 1.800 Damen eine geballte Ladung Manneskraft. Alle sind begeistert, was man hier im Dorf auf die Beine gestellt hat. Super. Super. War einfach grandios heute. Die Stimmung war super. Sitzung einfach klasse. Super. Ja, jetzt haben wir natürlich ein, ich sag mal so, ein lachendes, ein weinendes Auge. Schade, ist vorbei. Eine tolle Zeit. Nächstes Jahr kommt sie wieder. Die ganze Arbeit, die wir reingesteckt haben, muss ich sagen, das haben wir jetzt. Ja, müssen wir wieder abbauen. Ich würde ehrlich gesagt gerne noch ein paar machen. Aber es geht halt leider nicht. Ja, das fehlt auch. Das fehlt natürlich, ne? Das fehlt mir auch. Es war eine supergeile Zeit. Wettbeiß ist immer toll. Danke denen hier. Danke. Tschüss. Jetzt ist es erst mal vorbei mit der Hölle. Aber in Fettweiß ist ja immer irgendwie Karneval.